Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Watch Dogs Lettchen und die Mission Honos Treffen. Moment, Moment, Moment. Hier entlang. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Ah, ich will keine Rekruten. Ich will töten. Also hier, ähm, wie heißen sie? Zero Day. Zero Day will ich loswerden, Freunde. Ich hoffe, das klappt in naher Zukunft. Erstmal treffen wir uns nochmal mit Malik. Auch wenn es nicht so aussieht, als wäre er schon da. Ja, bekommt er. Schön im Regen warten, Freunde. Hat man ja Bock drauf, oder? Unsere KI kann das umgehen. Nicht schneller als ich, und ich hab's versucht. Unmöglich in der Zeit, die uns bleibt. Also, wenn ihr mir nicht helft, gewinnt Zero Day. Und dann sterben wir alle. Scheiße. Hm. Das könnte ein Problem werden. Dann hat ich eben wieder Finger ab. Also, Folter? Hm. 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 Alter, da geh ich doch selbst, oder? Ich werd so lange brauchen dafür. So lange. Freunde, ich crawle jetzt schon eine 40 Minuten Folge. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich schlage vor, dass du mit der SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium so Freundschaft schließt, wie sonst auch. Indem du dich brennend für jede Einzelheit ihres Lebens interessierst und nicht locker lässt. Sprich weiter. Die SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium ist die Brücke zwischen Regierung und Geheimdienst. Ihr Büro in der Downing Street wäre ein guter Ort, um Freundschaft zu schließen. Downing Street kennen wir den Weg schon. Der wird so gemacht. Also, eigentlich nicht. Wo ist die Downing Street? Da hinten irgendwo? Oh. Bin sogar am Anfang gar nicht so verkehrt gefahren. Läuft. So, da müssen wir nur noch irgendwie hier reinkommen. Sorry. Hier arbeitet die SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium, aber ich sehe im Überwachungsnetz nur ihre Assistentin. Hack die erst mal. Nachricht angekommen. Untersuchung für Störung. Ziel hat eine Fehlfunktion. Ohne Stürmer. Ich kann mich nicht zu denken. Ich kann mich nicht zu denken. Hm. Großartig. Ja. Zeh, erbrocken. Umgebung durchsuchen. Schaltet diese Drohne aus. Wir haben es. Vorsicht. Alles sauber. Ich suche anders weiter. Setz die Drohne aus der Gefächt. Findet den, der diese Drohne gehackt hat. Drohne, Suche initiieren. Genau so. Gemeinsam sind wir stark. Ja. Gemeinsam sind wir stark. Macht das nicht zu Hause nach, okay? Liked und abonniert mich. Er weiß darum, Bro, die Ehre. Ja, cool. Er muss hier irgendwo sein. Such weiter. Okay, gar nicht so einfach. Vielleicht von der anderen Seite. Scheiße, ja. Kommt man da von der anderen Seite auch rein? Oh, wir gucken einfach mal. Wir gehen einmal schnell rum. Finden wir das Arschloch! Das war dumm. Das war's. Ich bin ja, das war's. Das war's. Es war's. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Komm, 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 keiner von denen darf es merken. Ich habe ihn nochmal abgelenkt. Let's go. Ich bin ja schon weg. Zentrale, ich habe die Zielperson verloren. Okay, let's go. Wo ist denn das? Alter, am Arsch der Welt. Aber okay. Kriegen wir hin. Irgendeine Spur vom Ziel? Bitte bestätigen. Bereit das Fahrzeug zu rahmen. Ende. Was? Kurz mal hacken, ne? Verstanden. Haben die Verfolgung aufgenommen. Hallo, der weiß, dass er hier nicht rein darf. Opsi, sorry. Oh, fuck. Sorry. Dein Auto trotzdem vor dir ab. Ei, 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 ei. So, hier vorne müssen wir einen trinken gehen. Ah, wir müssen jetzt wieder hoch. Deswegen sollten wir da langfahren. Hätte ich vielleicht vorher wissen müssen. Wen zoomen die denn jetzt schon wieder? Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay. Hab sie. So. Und halten wir uns mal mit der. Hat das eigentlich weh getan, als du durch die Äste gefallen bist? Als du vom Him... Moment. Jetzt schmeiß ich da was durcheinander. Wenn du schon bei einem Satz so ein Mist baust, will ich nicht wissen, was du bei zwei machst. Mach's gut. Oh, oh. Sorry, du sahst nur aus, als könntest du Aufmunterung vertragen. Oh, eigentlich habe ich gute Laune. Es ist nur, dass ich meine karge Freizeit damit verbringe, die Avancen eines seltsamen Sumpfwesens abzuwehren. Fick dich. Nicht mal in deinen wildesten Träumen, Baby. Hm. Ich lerne noch die Nuancen menschlicher Interaktion. Aber meine Analyse sagt mir, dass... Wechsel zu einer Agentin. Let's go. Ei, 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 ei. Hier hat mir eine Abfuhr gegeben. Einfach eiskalt. Zack, zack. Rechts, links, Kombi. Jetzt könnten wir deine Fähigkeiten brauchen. Okay, wird gemacht. So, wieder rein. Let's go. Let's go. Privaterer Ort klingt gut, Freunde. Die sind im Bett gelandet. Das ging ja fix. Hast du die biometrischen Daten bekommen? Yep. Ich glaube, ich sollte vielleicht öfter, ähm, biometrische Daten sammeln. Echt spitze. Cool. Und jetzt? Anscheinend musst du die List noch ein bisschen aufrechterhalten. Der Upload läuft noch und unsere Kontaktperson meldet sich gerade. Stell sie durch. Schluss mit dem Scheiß. Wer zum Teufel bist du? Arbeitest du für die Russen? China? Die scheiß USA? Du denkst, ich wäre eine Spionin? Da fühle ich mich aber geschmeichelt. Vielen Dank. Oh, heizt Maul. So, wir müssen die rekrutieren. Wo ist sie denn? Ablos und abgeschlossen. Malik ist in der Leitung. Er wird sicher ausgesprochen dankbar und höflich sein. Das sollte ausreichen. Treffen wir uns an der Westminster Abbey, um die Ergebnisse zu besprechen. Und eins noch. Deine Leistung war etwas besser als erwartet. War das der Versuch eines Kompliments? Er hat die Verbindung getrennt. Ernsthaft? Ja, soll ich die jetzt rekrutieren, oder? Nee, Mission abgeschlossener Honigpfandel. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos rein. Bis dahin, haut rein. Ciao.